Am Anfang war das Chaos, die Leere, das Nichts. Aus dem Chaos ging Gaia die Erde hervor. Neben ihr erschien Eros, die allgewaltige Liebe. So schildert der griechische Dichter Hesiod die Entstehung der Welt. Mit dem Mythos der Erdgöttin Gaia beginnt die Geschichte der ersten Hochkultur Europas. Griechenland war die Wiege des Abendlandes und Heimat mächtiger Götter wie Zeus und Hera. Später übernahmen die Römer diese Götter. Unter den Namen Jupiter und Juno hielten sie schützend die Hand über das größte Imperium seiner Zeit. Die Heimat von Zeus, Hera, Athene und Poseidon war jahrhundertelang das mächtigste Reich der antiken Welt. Vor mehr als 2000 Jahren stießen die Römer die Griechen vom Thron. Das Ende einer großen Ära. Um die Geschichte der griechischen Götter zu erzählen, müssen wir zurück zu den Anfängen der ersten Hochkultur Europas. Als auf der Insel Kreta Wirtschaft, Handel und Kunst aufblühten, bestanden Ägypten, Sumer und Mesopotamien bereits seit langer Zeit. Die Minoer, die damaligen Bewohner Kretas, kamen zu Reichtum und Macht. Ihr Erfolg stand auf zwei festen Säulen. Die große Insel lag geografisch so günstig, dass kaum ein Handelsschiff an ihr vorbeisegeln konnte. Und die Natur hatte über dem Eiland ein Füllhorn an Gaben ausgeschüttet. Getreide, Holz und Olivenöl tauschten die Minoer bei anderen Handelsvölkern gegen Gold, Elfenbein und Edelstein ein. Die Menschen wussten, wem sie ihren Wohlstand verdankten. Seit jeher verehrten sie Gaia die Erdgöttin, die ihre Felder mit üppigem Ertrag segnete. Gaia wurde zur Hauptfigur im griechischen Schöpfungsmythos. Die fruchtbare Göttin brachte alles Leben hervor. Sie schuf den Himmel und das Meer. Die Legende erzählt, dass von der Erdmutter die großen Geschlechter abstammen. Die Götter, Halbgötter, Titanen, Zykloten und die Menschen. Die Götter wohnten über den Wolken. Sie bändigten die dunklen Kräfte des Universums und hielten schützend ihre Hand über die Sterblichen. Der Glauben an die übermächtigen Himmelswesen verlieh den Menschen Sicherheit und löste einen Schub an religiöser Kunst und Architektur aus. Ihr Meisterstück lieferten die Minoer mit dem Bau eines prächtigen Königssitzes, dem Palast von Knossos. Die gewaltige Anlage umfasste zwei Hektar. In ihren 1500 Räumen herrschte geschäftiges Treiben. Rohrleitungen aus Terrakotta zogen sich durch zwei unterirdische Geschosse mit Zimmern und Gängen, Werkstätten und Lagerräumen. Fresken gemalt auf nassen Putz lassen reale Figuren und religiöse Feste aus längst vergangenen Zeiten wieder aufleben. Gewaltige Steintreppen verbinden die Wohnräume von Bürgern und Arten. Auch das Zentrum der Macht mit dem Alabasterthron ist noch erhalten. Homer schrieb in der Odyssee, unter den Städten auf Kreta ist Knossos die größte. Dort hat Minos als König geherrscht, der sich in jedem neunten Jahr vertraut mit dem großen Gott Zeus besprach. Die Räume des legendären Herrschers bewachten Greife und Delfine. Das heiligste Tier der Minoer war der Stier. Zahlreiche Mythen zeugen davon, wie die berühmte Erzählung vom stierköpfigen Minotaurus. Die furchtbare Kreatur beherrschte das Labyrinth von Knossos. Erst der griechische Held Theseus konnte ihn mithilfe der Königstochter Ariadne besiegen. Den Todesstoß erhielt auch die minoische Kultur durch eine Naturkatastrophe. Vor dreieinhalbtausend Jahren explodierte das Eiland Santorin in einem gewaltigen Vulkanausbruch. Kreta wurde unter einem tödlichen Ascheregen begraben. Zwei Jahrhunderte später erschütterte ein Erdbeer. Religion, Kunst und Architektur der Minoer waren bereits nach Griechenland abgewandert, wo sie zu neuem Glanz kamen. Die Mythen aus Kreta bereicherten die griechische Sagenwelt. Die Insel galt sogar als Geburtsort des mächtigen Zeus. Er war Oberhaupt einer wachsenden Familie von Göttern und Halbgöttern, die einander ständig bekämpften. Die himmlischen Zänkereien spiegelten die Verhältnisse auf der Erde wider. Dort stritten die griechischen Städte erbittert um die Vorherrschaft. Nur ein gefährlicher Gegner konnte sie zeitweise vereinen, die Perser. Dem großen Staatsmann Perikles gelang das Kunststück, die verfeindeten Städte auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Unter seiner Regierung erreichte Athen eine politische Glanzzeit und wurde zur führenden Wirtschaftsmacht. Die attische Kultur blühte auf. Perikles verordnete der aufstrebenden Stadt ein kostspieliges Bauprogramm. Dabei gab er auch den Anstoß zum Ausbau der Akropolis. Akropolis bedeutet hohe Stadt. Ihre Nähe zum Himmel machte sie zum Zufluchtsort bei Angriffen und zur heiligen Städte. Zwar hausten die Götter hoch im Norden auf dem Berg Olymp, aber auf der Akropolis standen ihre Abbilder. Dort konnten die Menschen sie anbeten. Das machte den Ort für Zeus' Familie so attraktiv, dass jeder von ihnen dort als Hauptgott residieren wollte. Wie so oft gab es im Himmel Streit. Der Meeresgott Poseidon ließ eine Salzwasserquelle für die Einwohner sprudeln. Die Zeus-Tochter Athene pflanzte einen Olivenbaum und gewann damit den Wettbewerb. Dies ist ein Nachkomme des Baumes. Die Athener verehren ihn seit Generationen. Um den unterlegenen Poseidon zu besänftigen, errichteten die besten Baumeister der Stadt einen weiteren prachtvollen Tempel, das Erechtaion. Das Meisterwerk griechischer Architektur und Bildhauerkunst wurde im Jahr 420 v. Chr. vollendet. Der Meeresgott konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Südseite weist besonders seltene und fantasievolle Statuen auf. Sechs weibliche Gestalten stützen dort die Vorhalle, die Karyatiden, Gehilfinnen der vielseitigen Zeus-Tochter Artemis. Die rührige Göttin konnte tatkräftige Hilfe gut brauchen. Sie kümmerte sich um die Tiere, die Jagd, die Vegetation, die Fruchtbarkeit und die Jungfräulichkeit. In der Gestalt der Artemis waren mehrere frühere Götterfiguren zusammengeflossen. Deshalb hatte die Zwillingsschwester des Apollon ein umfangreiches Zuständigkeitsgebiet. Doch Poseidons Tempel wird weit überstrahlt vom Heiligtum der Athene, der neuen Schutzherrin der Stadt. Das Parthenon krönt die Akropolis bis heute, als spektakuläres Wahrzeichen Athens, wenn nicht ganz Griechenlands. Parthenon bedeutet Jungfrauengemach. Für Athenes Heimstatt war das Beste gerade gut genug. Im Inneren ragte eine Statue der Zeus-Tochter elf Meter hoch auf. Das Meisterwerk aus Gold und Elfenbein kostete mehr als das Gebäude selbst. Dabei hatten die Architekten für den Tempel ausschließlich teuren einheimischen Marmor verbaut. Ein 160 Meter langer Fries umläuft das gesamte Bauwerk. Die lebendigen Szenen darauf zeigen den Triumph der Zivilisation über die Barbarei. Auf der Akropolis fanden die Götter ein prachtvolles Zuhause für die Ewigkeit. Aber wohin gingen die Menschen nach ihrem Tod? Seit mehr als 2000 Jahren dient der Kerameikos-Friedhof als letzter Ruheort der Reichen und Mächtigen von Athen. Viele Gräber erzählen die Lebensgeschichte ihrer Besitzer. Manche zeigen die Verstorbenen als Helden im Kampf oder als Märtyrer im Leid. Andere sind bis heute stumme Zeugen der tiefen Trauer von Hinterbliebenen. Viele Grabsteine erinnern auch an die kraftvollen Symbolfiguren der Antike. Aber kein Grab beantwortet die Frage, wohin die Toten gingen. Durchquerten sie mit Charon als Fährmann den Fluss Stücks in die Unterwelt? Kamen sie ins Paradies, ins Fegefeuer? Oder vergingen sie in ewiger Langeweile? Antworten auf solche Schicksalsfragen erhofften sich die Griechen von einer mythischen Stätte, Delphi. Eine uralte Sage erzählt, wie der Himmelsherrscher Zeus zwei Adler ausschickte. Sie flogen in entgegengesetzte Richtungen. Die Stelle, an der sie wieder zusammentrafen, sollte der Mittelpunkt der Erde sein. Dieser Ort ist Delphi. Der Umphalos-Stein dort kennzeichnet den Nabel der Welt. Deshalb beherbergte der Ort auch den berühmtesten griechischen Schrein, den Apollon-Tempel. Die Weihestätte lag terrassenförmig in den Hang gebaut. Sie war mit Säulengängen, zahlreichen Räumen und einem Stadion ausgestattet. Dort fanden alle vier Jahre zu Ehren des Apollon die Pythischen Spiele statt. Der Sage nach tötete der Zwillingsbruder von Artenes den Drachen Python, nachdem das Untier seine Mutter angegriffen hatte. Das bedeutende religiöse Fest mit Wettkämpfen, Musik und Theateraufführungen machte den Olympischen Spielen Konkurrenz. Die Pythischen Spiele sind längst vergessen. Doch bis heute bewahrt der Name Delphi einen geheimnisvollen Klang, als das berühmteste Orakel der Welt. Als Menschen, die in kriegerischen Zeiten mit gefährlichen Feinden lebten, waren die Griechen besessen von dem Wunsch, die Zukunft vorauszusagen. Könige und Bürgerliche trieb diese Hoffnung zum Nabel der Welt. Die Pilger überhäuften Delphis Priester mit Geschenken. Mehr als 3000 Statuen säumten als Zeichen ihrer Dankbarkeit die Straßen. Ein Schatzhaus blieb erhalten, gestiftet von den Athenern nach ihrem Sieg im Marathon. Apollon wurde als Hüter des Lichts, der Harmonie und der Ordnung verehrt. Der herrliche Unsterbliche soll die Gabe der Prophezeiung besessen haben, aber darin offenbarte er auch seine dunklen Seiten. Der Gott sprach durch seine Priesterin, die Pythia. Sie saß auf einem Dreifuß über einer dampfenden Erdspalte. Die heilige Frau versetzte sich in religiöse Ekstase. Ihre Antworten, für die Bittsteller nur unverständliches Gemurmel. Erst die Priester gaben dem Kauderwelsch eine sinnvolle Übersetzung. Deshalb verwundert es nicht, dass die Sprüche des Orakels manchmal sehr zum Wohle von Delphi ausfielen. So behielt sich die Stadt das Recht vor, Kraft des Orakels, neue Kolonien zu bewilligen. Die Bittsteller mussten für die Genehmigung hohen Tribut zahlen. Die einflussreichen Priester unterhielten ein Netz von Spionen. Die Spitzel lieferten wertvolle Informationen. So konnten die heiligen Männer für günstige Machtverhältnisse in der Region sorgen, auch zum eigenen Vorteil. Als die Vereinigten griechischen Stadtstaaten von den Persern bedroht wurden, stellten ihre Abgeordneten unter dem großen Führer Perikles in Delphi die Schicksalsfrage. Da machte das Orakel einen Fehler. Die Griechen fragten, sollen wir uns den Persern widersetzen? Nein, lautete die Antwort. Vielleicht hofften die Priester, Delphi könnte die Hauptstadt eines persischen Griechenlands werden. Doch Perikles ignorierte das Orakel und siegte. Eine Niederlage für Delphi. Vom dritten Jahrhundert vor Christus an begann der Verfall des berühmten Orakelbezirks. Die einst steinreiche Stadt am Hang des Parnass verwandelte sich langsam in eine vergessene Städte in erhabener Bergeinsamkeit. Zugleich gewann Griechenland durch den Attischen Bund immer mehr Macht im Mittelmeerraum. Trieren, die schnellen und wendigen Ruderschiffe, siegten nicht nur über die riesige persische Flotte. Die Trieren fuhren auch in ferne Kolonien, damit dort der Glauben, die Kunst und die Architektur Griechenlands verbreitet werden konnten. Pestum am Golf von Salerno. Eine Bilderbuchkolonie, ein Kleingriechenland auf italienischem Boden. Die Gründung aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus vereint bedeutende Zeugnisse griechischer Baukunst. Viele großartige Tempel zeugen vom Willen der Neusiedler ihre Götter auch fern der Heimat angemessen zu preisen. Das Heiligtum des Meeresfürsten Poseidon wurde 450 vor Christus aufgetürmt, im klassischen Stil mit mächtigen, aber schlichten Säulen. Nur auf den gewohnten Marmor mussten die Götter in Pestum verzichten. Die Umgebung gab nur Kalkstein als Baumaterial her. Auch der nahegelegene Tempel der Athene, heute als Basilika bekannt, vertritt den klassischen Stil. Die Siedler von Pestum hatten klare Lieblinge im Himmel. Ihre Kolonie hieß ursprünglich Poseidonia. Der Herr der Meere spielte dort allerdings nicht die Hauptrolle. Die war Hera vorbehalten, der ersten Dame auf dem Olymp. Die leitgeprüfte Gemahlin des notorisch unteueren Zeus war Schutzgöttin der Ehe und des sittlichen Frauenlebens. Vasen und Statuen zeigen, wie menschlich sich die Griechen ihre Himmelsfamilie vorstellten. Eine zeitlos schöne Frau trägt eine Schale mit Obst. Es ist Demeter, Hüterin der Ernte und Fruchtbarkeit. In lebhaften Farben zeigt eine elegante Amphore Aphrodite. Die Göttin der Schönheit erhebt sich anmutig aus der Meeresbrandung. Doch das spektakulärste Kunstwerk in Pestum zeigt einen Sterblichen. Vielleicht löst es das Rätsel, wie die Griechen mit ihrem eigenen Tod rumgingen. Im Juni 1968 gelang dem Archäologen Marco Napoli ein aufregender Fund. Napoli untersuchte vor allem den Friedhof. Ein äußerlich unscheinbares Grab barg im Inneren ein kostbares Geheimnis. Der Forscher stieß dort auf eines der besterhaltenen Werke griechischer Wandmalerei. Auf fünf Steinplatten mit weißem Stuck überzogen, hatten die antiken Künstler eine lebhafte Szene festgehalten. Die Bilder zeigen ein Trinkgelage nach dem Essen. Nur Männer dürfen mitschlemmen. Es gibt Musik und Verse. Die Zecher vergnügen sich damit, die Weinreste in eine Schale zu schleudern. Eine sehr irdische Szene. Oder stellt sie ein Gelage im Totenreich dar? Denn eine schlanke, junge Figur auf dem Grabdeckel passt nicht zu der heiteren Szene. Die muskulöse, idealisierte Gestalt sieht ausgesprochen gesund aus. Aber dargestellt ist ein Toter. Manche Experten erkennen in dem Bild die Säulen des Herakles bei Gibraltar. Für die Griechen markierten sie das Ende der bekannten Welt und das Ende des Lebens. Der junge Mann springt demnach in den Tod, dennoch wirkt er fast heiter. Der Philosoph Pythagoras lehrte um 500 vor Christus die Seelenwanderung. Die Seele kann, losgelöst vom Körper, weiter existieren. Ein zentraler Grundgedanke für den christlichen Glauben und für den freudigen Todessprung des Tauchers. Nicht nur Pythagoras steht für die revolutionäre Denkweise der griechischen Philosophen. Platon vertrat den Gedanken der obersten Tugend und rückte damit nicht mehr die Götter, sondern die Moral in den Mittelpunkt. Aristarchus behauptete, dass die Erde um die Sonne kreise. Der berühmte Sophokles zweifelte an der Unfehlbarkeit der Unsterblichen. Und Aristoteles stellte die Vernunft über den Glauben. Die irdischen Vordenker schienen über die Himmelsfamilie zu siegen, der Verstand über den Glauben. Doch die Götter wehrten sich. Wenn ihr Heimatland sie nicht mehr angemessen verehren wollte, wanderten sie eben aus. Griechenland fiel im Jahr 147 vor Christus an die Römer. Die neuen Machthaber übernahmen den Glauben an die griechischen Himmelswesen und trugen ihn nach Rom. Doch sie änderten die Namen. Aus Zeus wurde Jupiter, aus Hera Juno, aus Apollon Mars, aus Artemis Diana. In der ewigen Stadt begann für die Götter des Olymp eine neue Ära. Roms ältestes Wahrzeichen zeigt eine Szene aus der Gründungslegende. Die Zwillinge Romulus und Remus wurden auf dem Tiber ausgesetzt. Sie trieben ans Ufer, wo eine Wölfin sie fand und zeugte. Später gründeten die Brüder die Stadt. Das Kunstwerk ist nicht so stimmig wie die Sage. Die Bronze Wölfin stammt aus vorrömischer Zeit. Die Etrusker schufen die Tierfigur. Erst 200 Jahre später fügten die Römer die beiden Kinder hinzu. Die Römer verdanken den Etruskern viel. Selbst die Wurzeln ihres Glaubens liegen nicht nur bei den Griechen, sondern auch beim Volk der Etrusker. Die ersten Römer entstammten einem Bauerngeschlecht. Ihre Gottheiten waren Geister ohne Gesicht und Gestalt. Sie zeigten sich in den Kräften der Natur und im Lauf der Jahreszeiten. Doch als die Römer an Macht gewannen, brauchten sie andere Schutzgötter. Bei Griechen und Etruskern wurden sie fündig. Um 650 vor Christus war Kaisere, das heutige Serveteri, eine der reichsten Städte Europas. Wie die Griechen bildeten die Etrusker eine lose Gruppe von Stadtstaaten. Vor allem eine gemeinsame Religion verbannt sie. Die Etrusker glaubten an ein Leben nach dem Tod. Es ähnelte dem Dasein im Diesseits. Daher bauten sie für ihre Verstorbenen prächtige Friedhöfe. Sie schlugen tausende von Gräbern in das weiche vulkanische Gestein und verliehen der gesamten Anlage einen stadtähnlichen Grundriss. Die Nähe von Leben und Tod bei den Etruskern ist der Grund, warum die gut erhaltenen Nekropolen noch heute viel über den Alltag dieser Kultur verraten. Im Jahr 1827 kamen in Tomba dei Relievi aufsehenerregende Fresken zum Vorschein. In ihrer Schönheit konnten sie sich mit den Wandgemälden aus Griechenland messen. Die auf feuchten Gips gebrachten Abbildungen verdeutlichen den Totenkult der frühen Bewohner Italiens. Wertvolle Vasen und Tonwaren zählten zur Grundausstattung für ein Leben im Jenseits, nahe bei den Göttern. Die Etrusker glaubten an überirdische Beschützer ihrer Heime, den Gott der Schwelle und die Göttin des Herdes. Sie verehrten daneben auch größere Himmelswesen. Sie hatten sie bei den Griechen kennengelernt, Zeus und Heere. Was die Etrusker von den Griechen abschauten, kopierten die Römer später bei beiden. Beim Sieg über die Etrusker im Jahr 280 vor Christus übernahmen sie große Teile ihrer Götterwelt. Für lange Zeit nahmen die alten Gottheiten neuen Wohnsitz im Herzen der Stadt auf dem Forum Romanum, dem Zentrum für Handel und religiöse Riten. Dort fanden die machtvollen Beherrscher der Natur und des Schicksals der Menschen, ebenso wie die Hausgötter des Alltags, neue Anhänger. Ein prächtiger Tempel war dem Himmelshäuptling Jupiter geweiht, der Blitz und Donner schickte. Im Schatten des Baus wachten betörende Jungfrauen über die heilige Flamme der Vesta, der Schutzpatronen von Heim und Herd. Mit dem Beistand seines importierten Götterkosmos gelangen dem Imperium immer größere Erfolge. Rom wuchs zu einem riesigen Reich heran. Beladen mit wertvoller Kriegsbeute kehrten die siegreichen Legionen auf der Via Flaminia in die Heimat zurück. Jupiter, Minerva und Mars erfreuten sich an einem Strom von Dankgebeten und Opfergaben. Rom jubelte den Heerführern zu. Doch die Militärs drängten immer dreister zum Zentrum der Macht vor und kämpften schließlich um die Alleinherrschaft. Die Republik war bedroht. Aus den unheilvollen Machtkämpfen ging am Ende ein Mann als Sieger hervor. Er überschritt den Rubikon und besiegte seine eigene Hauptstadt. Sein Name Julius Cäsar. Er unterwarf zahlreiche Länder. Er schuf ein zweites monumentales Forum. Sich selbst verlieh er den Titel Pontifex Maximus, oberster Priester. Im Jahr 44 vor Christus ermordeten die Senatoren Cäsar. Sie erhofften sich die Rückkehr zu soliden republikanischen Werten. Stattdessen tauschten sie einen Diktator gegen einen Imperator ein, Augustus. Cäsars Nachfolger baute zahlreiche Tempel und Monumente. Unter ihren römischen Namen kamen die alten griechischen Götter zu höchsten Ehren. Allen voran Zeus als Jupiter. Hera alias Juno. Aphrodite nun Venus und Poseidon unter dem Namen Neptun. Unter der Regentschaft von Augustus erlebte Rom sein goldenes Zeitalter. Die Bevölkerung schwelgte in verschwenderischem Luxus. In Scharen strömten die Menschen zum Kolosseum, um sich durch spektakuläre Spiele unterhalten zu lassen. Bei der Eröffnung der Anlage erlebten sie in der gefluteten Arena Seeschlachten mit echten Schiffen. Gebannt verfolgten sie danach die blutigen Gladiatorenkämpfe. Als religiöses Zentrum der Stadt baute Markus Agrippa einen Rundtempel, der noch immer den Zeiten trotzt. Das Pantheon, Heim aller Götter. Damals der größte Kuppelbau der Welt. Seit langem dient das einzige völlig erhaltene antike Gebäude Roms als Kirche. Die Pax Romana. Der römische Frieden hielt das Imperium zusammen, bis in die hintersten Winke der antiken Welt. Calion in Wales. Ein befestigter Posten am äußersten Rand des Weltreichs. Die 20 Hektar große Anlage entstand im Jahr 75 vor Christus. Einst reihten sich dort 60 steinene Kasernen aneinander. Davon sind noch vier als Ruinen erhalten. Die einzigen Überreste von Legionärsquartieren in ganz Europa. Fünfeinhalbtausend Legionäre lebten in dem abgelegenen Winkel des Imperiums. Die Fremden aus dem Süden hatten nicht nur ihre Ausrüstung und die Pax Romana im Gepäck, sondern auch den festen Glauben an den grenzenlosen Einfluss von Jupiter und Juno, Mars, Diana oder Neptun. Im Pantheon in Rom brachte der Kaiser der Weisheitsgöttin Minerva Opfer dar, damit sie ihm die richtige Entscheidung in Regierungsfragen schenkte. Fernab der Sicherheit ihres Machtzentrums erhofften sich die Soldaten in Carleon wohl eher die Gunst und den Beistand von Mars. Und tatsächlich scheint der Kriegsgott seine schützende Hand über die Legionen in Wales gehalten zu haben. Sogar ein Amphitheater mit 6000 Sitzen gab es, außerhalb der Festungsmauern. Waren die Gladiatoren-Duelle vielleicht die einzigen Kämpfe, die Carleon erlebte? Auf jeden Fall müssen sich die Soldaten dort sicher gefühlt haben. Außenposten wie Carleon sollten nicht nur kriegerische Barbaren abwehren. Im Schutz der Festungen konnte die römische Lebensart in der Fremde Fuß fassen und sich weiter ausbreiten. Viele unterworfene Stämme nahmen die Riten und Gebräuche der Invasoren an. Und den Glauben. Der Machtbereich von Jupiters Familie erreichte seinen Zenit. Warum sollten sie andere Gottheiten fürchten? Im eigenen Land aber erwuchs den Unsterblichen ungeahnte Konkurrenz durch die Imperatoren von Rom. Die Villa von Kaiser Hadrian in Tivoli umfasste eine größere Fläche als der Regierungsbezirk in Rom. Hier sammelte Hadrian bedeutende Werke aus Kunst und Architektur. Die meisten waren von den Griechen kopiert. Hadrian verfolgte einen ehrgeizigen Plan. In Tivoli wollte er den Göttern eine glänzende Heimstätte bauen. Allerdings hatte der Kaiser dabei nicht die römischen Staatsgottheiten im Sinn. Sein größtes Projekt war der Canopus. Eine getreue Kopie des Heiligtums für den ägyptischen Gott Serapis in Alexandria. Der Bauherr ließ dafür einen 119 Meter langen Kanal ausheben. Den künstlichen Wasserweg säumten kostbare Statuen. Hadrian hatte sie eigens aus Ägypten heranschaffen lassen. Was bezweckte der Herrscher damit? Wie alle seine Untertanen vertraute der erste Mann im Reich zwar dem Beistand der einheimischen Götterfamilie, aber im römischen Glauben besaßen fremde Götter ebenfalls Macht. Und zwar über ihre jeweiligen Völker. Adrian zog daraus die Konsequenz, er musste die einflussreichen Himmelswesen aus anderen Ländern dazu bringen, sich in seiner Villa anzusiedeln. Wenn ihm das gelang, würde sich ihre große Kraft und ihre Gunst auf das römische Reich übertragen. Der Kaiser wollte sich damit in Fragen des überirdischen Beistands nach allen Seiten absichern. So schuf der Regent ein einmaliges Heiligtum. Umgeben von der Kunst und Architektur ihrer Heimatländer sollten sich die fremden Götzen wohlfühlen. Aber der Alleinherrscher über 50 Millionen Untertanen holte sich nicht nur ausländische Götter ins Haus. Er selbst schuf auch neue Unsterbliche. Als Hadrians Liebhaber Antinus im Nil ertrank, überwältigte den Kaiser die Trauer. Per Dekret erhob er Antinus zum römischen Gott. Die vielen neuen Götter machten Jupiters Familie den Rang streitig. Ihr größter Konkurrent kam aus dem Osten. Er war bereits bis Ephesus vorgedrungen. Schon der zeitgenössische Historiker Aristiades beschrieb Ephesus als wichtigste Drehscheibe für Banken und Handel in Asien. Eine bedeutende Stadt mit großer Geschichte. Androklos gründete sie bereits im 13. Jahrhundert vor Christus. Eine verschwenderisch luxuriöse Ansiedlung mit wassergekühlten Straßen aus Marmor und beeindruckenden Tempeln. In der Antike fand die Metropole in Kleinasien nicht nur Bewunderer, sondern auch Neider. Die Griechen überließen Ephesus im Jahr 133 v. Chr. den Römern. Die neuen Herren hatten nichts dagegen, dass die Bevölkerung eine Vielzahl von Göttern verehrte. Heiligtümer gab es für die griechische Artemis, die ägyptische Isis und alle anderen Unsterblichen, die in der weltoffenen Stadt Anhänger fanden. Hauptsache die Steuern kamen pünktlich. Ephesus war Artemis geweiht, der Göttin des Mondes, der Wälder und der gebärenden Frauen. Ihr Tempel, eines der berühmten sieben Weltwunder. Eine einzige Säule der legendären Weihestätte trotzt bis heute den Zeiten. Abgelegen in einem Sumpf kündet sie einsam vom Ruhm des griechischen Architekten Theodoros. Theodoros bezwang den sumpfigen Boden, indem er das Fundament mit Kohle auffüllte und mit Leder abdeckte. Darauf setzte er einen 115 Meter langen und 55 Meter breiten Marmortempel, den größten der Welt. Das Projekt des antiken Baumeisters war ehrfurchterregend. 127 Säulen trugen ein gewaltiges hölzernes Dach mit starken Balken aus Zedern. Ein Meisterwerk. Der Tempel verbreitete den Ruhm von Ephesus in der gesamten antiken Welt. Doch die reiche Stadt besaß noch weitere Wunder der Baukunst. Wie das gigantische Grabmal für einen einflussreichen Senator, das trickreich in eine schmale Häuserlücke gezwängt werden musste. Die Römer wollten den beeindruckenden Bauleistungen nicht nachstehen. Ihr architektonisches Juwel in Ephesus entstand im zweiten Jahrhundert nach Christus. Sie widmeten es Kaiser Hadrian. Die kunstvoll dekorierte Fassade erlangte große Berühmtheit. Zwei Säulen mit reich verzierten Kapitellen stützen einen Bogen. Auf ihm prangt Tüche, die Göttin des Glücks. Den oberen Sturz beherrscht ein Relief der Medusa, eine Gestalt aus der Mythologie. Ihr furchtbarer Blick konnte Menschen augenblicklich in Stein verwandeln. Ein Fries zeigt den neuen römischen Einfluss auf die griechische Stadt sehr anschaulich. Griechische Götter und römische Kaiser stehen dort gleichrangig nebeneinander. Die Darstellung wirkte wie ein riesiges Propagandaplakat der neuen Herren. Die sterblichen römischen Regenten stellten sich mehr als selbstbewusst auf eine Stufe mit den göttlichen Bewohnern des Olymp. Kaiser Hadrian auf Augenhöhe mit Zeus und Apollon. Reine Gotteslästerung oder berechtigter Anspruch. Noch bevor sich die Einheimischen ein Urteil bilden konnten, hielt ein neuer Glaube Einzug in die Stadt. So menschlich und bescheiden er auftrat, am Ende sollte er alle anderen Götter in Europa vom Ton stoßen. Das riesige Rund des Amphitheaters von Ephesus bot 24.000 Menschen Platz. Dort sprach eines Tages ein charismatischer Mann zu den Massen. Der Redner hieß Paulus von Tarsus. Er hatte eine weite Reise hinter sich. Er kam aus Judäa, um die Botschaft des Jesus von Nazareth zu verkünden. Auch diese neue Religion akzeptierten die römischen Herren von Ephesus. Doch sie mussten bald feststellen, wie mächtig sie wirklich war. Und so führt das Ende der Geschichte der Götter vom Olymp zurück in die ewige Stadt. Seit dem 12. Jahrhundert erhebt sich die Basilika San Clemente über uralten heidnischen Versammlungsstätten. Tief im Untergrund der belebten Straßen im antiken Rom vollzogen Priester geheime Riten. Ausgerechnet die treuen Verteidiger des Imperiums, die Legionäre, brachten im ersten Jahrhundert vor Christus den Mithras-Kult von Persien an den Tiber. Mithras, halb Sonnengott, halb Held, tötete einen Stier. Das Blut des Tieres sollte die Erde erneuern und die Menschen reinigen. Die Anhänger des Kultes trafen sich in den dunklen Katakomben. Eine Ebene höher beteten zwei Jahrhunderte später die ersten Christen der Stadt zu ihrem Gott. Sein Sohn Jesus galt ihnen als Erlöser der Welt. Damals gefährliche Gedanken in einem Imperium, das die Anbetung des Kaisers verlangte, und daneben einer Vielzahl von Gottheiten Raum bot. Niemals würde Rom eine Religion akzeptieren, deren Gott keine anderen neben sich duldete. Das erste Gebot der Bibel. Doch keine Macht konnte den Siegeszug des neuen Glaubens stoppen. Der römische Kaiser Konstantin erhob das Christentum im vierten Jahrhundert schließlich zur Staatsreligion. Und so sorgte Jesus Christus, der sich zu Lebzeiten mit dem römischen Imperium anlegte, dafür, dass die Stadt Rom nicht unterging. Durch den christlichen Glauben erfand sich die Metropole am Tiber neu. Als religiöses Zentrum des Abendlandes und Sitz der katholischen Päpste. Bis heute behauptet Rom unangefochten seine einzigartige Stellung in der Welt. Doch was geschah mit den Göttern der Antike? Dank der militärischen Macht des Imperiums hatten sie an Bedeutung gewonnen. Kam nun ihr Ende? Die Tempel der alten Götter jedenfalls zerfielen und gerieten in Vergessenheit. Gewaltige Kirchen traten an ihre Stelle. Mitten in Rom errichteten die Christen einen eigenen Staat, den Vatikan. Und das religiöse Zentrum der Antike, das Pantheon, heißt seit 400 Jahren Kirche der Heiligen Maria, der Märtyrer. Aber die listigen Götter des Olymp sind nicht verschwunden. Wieder einmal sind sie nur umgezogen. Seit Jahrhunderten werden sie in den Tempeln des Geistes verehrt, den Museen. Ohne Zeus, Hera, Athene und Apoll wären die Kunst, das Theater und die Architektur des Abendlandes nicht vorstellbar. Untertitelung des ZDF, 2020